Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nicolas Alexander-Otto und heute habe ich drei Schwarz-Weiß-Bilder für euch von einem Workshop-Teilnehmer eines vergangenen Workshops, der leider ein bisschen früher gehen musste und dementsprechend habe ich gesagt, hey, das ist doch ein guter Grund, mal wieder so ein YouTube-Video zu machen. Also gibt es jetzt drei Bilder von Holger Kahl für euch, allesamt Schwarz-Weiß. Mal schauen, ob ich da noch ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder die andere von euch da noch ein kleines bisschen was lernen würde. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also hier geht es erstmal um diese beiden Bilder hier. Also einmal am Weststrand in Zingst aufgenommen, hier am Dars ein Bild und dann noch am Gespensterwald in der Nähe von Nienhagen. Und also beides so Ostküstenbilder von unserem Workshop, den ich jetzt hier vergangene Tage mit Marc Kögel zusammen gemacht habe. Das Thema war Schwarz-Weiß, Fine Art, Landscape Photography. Also alles so ein bisschen durcheinander. Und jetzt erstmal gut ab für die wirklich gelungene Bearbeitung. Ich zeige euch aber natürlich als erstes wie immer mal kurz ein bisschen was zur Technik. Also möchte ich euch erstmal die Raw-Dateien zeigen. Die hat Holger mir nämlich netterweise auch noch mitgegeben. Und ich fange mal an mit dem Bild hier am Strand, also diesem hier. Und da fällt mir jetzt am Anfang direkt, wenn ihr mal oben schaut, auf die Exif-Dateien nur eine Kleinigkeit auf. Denn 20 Sekunden ist eine ganz gute Belichtungszeit, würde ich jetzt sagen. Also die Aufgabe, in Anführungsstrichen, die wir verteilt hatten, war, dass die Teilnehmer versuchen sollen, möglichst eine minimalistische Aufnahme zu machen. Das heißt also nicht allzu viele Elemente mit dem Bild einzubeziehen und zu schauen, wie weit man das eben reduzieren kann. Deswegen die Langzeitbelichtung. Die sollte ein bisschen dazu führen, dass natürlich die Mikrokontraste verringert werden. Und ich finde 20 Sekunden ist hier schon ganz gut. Allerdings ist es so, dass man bei der starken Wellenbewegung, die ihr hier auch erkennen könnt, noch vielleicht noch ein bisschen länger hätte belichten können, damit das Ganze noch ein bisschen weicher und so wird. Aber das ist natürlich alles eine ästhetische Frage, je nachdem, wie der jeweilige Teilnehmer das dann auch möchte. Und dann hier f8 bei 72 Millimeter und so, hätte ich jetzt gesagt, ist erstmal in Ordnung. Allerdings, wenn wir reinzoomen, sehen wir, dass trotz der guten Kamera, das ist eine Sony Alpha 7R II, glaube ich, hier leider einige Areale schon ein bisschen weich sind. Und ich glaube nicht mal unbedingt, dass das ein Fehlfokus ist oder so. Also klar, hier unten ist es ein kleines bisschen softer als zum Beispiel hier hinten. Aber ich glaube, insgesamt könnte es auch daher rühren, dass die Kamera auf einem Stativ stand, das eben vielleicht nicht so hundertprozentig sinnvoll aufgebaut war oder einfach der Wind, der zu dem Tag sehr stark war, natürlich dann auch da versucht hat, ein bisschen reinzugreifen. Und das führt dann eben dazu, dass vielleicht so ein paar Verwacklungen hier eben entstanden sind. Da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Das einzige und das erste und einfachste wäre natürlich, ein Stativ zu benutzen, was relativ schwer ist. Hier an der Stelle wäre es zum Beispiel dann ganz cool, so ein großes hier zu haben, wie ich hier hinter mir stehen habe, das dann drei Kilo wiegt oder so. Dann kann einem der Wind nicht mehr ganz so viel anhaben. Ansonsten ist es auch gut, wenn man das vielleicht ein bisschen breiter auseinanderstellt, also die Beine ein bisschen vom Winkel her ein bisschen breiter aufstellt. Da hat man quasi ein bisschen mehr Stabilität, dass es vielleicht nicht ganz so sehr wackelt. Aber manchmal kann man da auch bei der Brennweite von jetzt hier zum Beispiel 72 Millimeter gar nicht mehr so viel machen. Und da muss man dann vielleicht auch einfach mit leben oder sich eben adaptieren und sagen, okay, da muss ich vielleicht einen anderen Look oder sowas fotografieren. Das ist nicht immer so ganz einfach. An der Stelle diese zwei Sachen hinweg vorweg. Und hier mit F8 vollkommen in Ordnung. ISO 100 auch in Ordnung. Man könnte jetzt natürlich überlegen, ob bei 72 Millimetern und F8 nicht hier auch schon ein bisschen die Tiefenschärfe zum Tragen kommt. Wenn man zum Beispiel hinten scharf stellt, das sieht ja ein bisschen schärfer aus. Der Stein hier zum Beispiel, das natürlich auch ein bisschen Linsen und Unschärfe hier mit reingespielt hat. Und dass man dann schon überlegen müsste, gut, da muss ich vielleicht noch ein bisschen abstoppen. Dann resultiert natürlich eine längere Belichtungszeit. Da könnte man dann überlegen, ob man nicht vielleicht zum Beispiel zu sowas tendiert, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt aber vielleicht lieber bei F11 oder sowas fotografieren oder F13. Und dann habe ich bei 72 Millimetern natürlich auch entsprechend mehr Tiefenschärfe. Gut, dann zum zweiten Punkt. Das ist sowohl die Bearbeitung. Ich zeige euch, ihr seht hier unten, ich habe schon eine weitere Kopie gemacht. Ich gehe erst mal auf das Bild ein, so wie Holger das gemacht hat. Und an der Stelle, ich blende es mal hier so ein bisschen aus, damit ihr es ein bisschen größer seht. Finde ich, ist auf jeden Fall eine sehr gute Bearbeitung. Im Vergleich zum Original haben wir hier an der Stelle wesentlich mehr Kontrast im Himmel, was ich persönlich bei solchen dramatischen Schweiz-Weiß-Aufnahmen sehr schön finde. Das hat aber so Kleinigkeiten zur Folge, wie zum Beispiel, dass man hier oben eine Vignetierung sieht, links und rechts. Da müsste man dann überlegen, okay, wenn das mit Steckfiltersystemen gemacht ist, würde mich zwar wundern, aber wenn das mit Schraubfiltern ist oder so, dann kann so eine Vignetierung da mal auftreten. Die müsste man dann später in Photoshop vielleicht entfernen oder rauscroppen an der Stelle. Ansonsten finde ich, die Areale im Himmel hätten ein kleines bisschen mehr Kontrast gebrauchen können. Und zwar nicht dunkler, sondern einfach nur, dass die Lichter vielleicht auch ein bisschen mehr zur Geltung kommen, wenn man sie ein bisschen auffällt. Der Vordergrund hat sehr viel Kontrast und hier kommt jetzt eine Sache zum Tragen. Das seht ihr hier unten. Da haben wir in dem Plenum, wir haben auch ein bisschen Nachbearbeitung da in Zings gemacht, im Max-Hünden-Haus mit den Mac-Rechnern und sowas und hatten ein paar Sachen demonstriert, wie man zum Beispiel den Kontrast dann eben verringern kann. Und das sieht für mich hier unten so ein bisschen aus, als wäre manuell mit dem Pinsel beispielsweise hier Dunst-Entfernen-Regler im Negativen benutzt worden, einfach damit da ein bisschen die Aufmerksamkeit ein bisschen von dem Part runtergenommen wird, der ein bisschen aufgehellt wurde. Ich allerdings würde wahrscheinlich eher zu tendieren, genau das Gegenteil zu tun, weil es ist natürlich hier jetzt ein bisschen störend, dass hier so viel Algen und Kleinkram auf dem Strand rumliegt. Optimalerweise, wenn man so ein eher minimalistisches Bild machen möchte, sollte man natürlich ein bisschen darauf achten, dass man einen relativ cleanen Vordergrund hat. Also dass man schaut, okay, hier unten beispielsweise sollte nicht so viel Gras und sowas rumliegen. Man hätte jetzt zum Beispiel überlegen können, ich gehe vielleicht eher hier vorne hin, hier liegt ein bisschen weniger oder so, muss man ein bisschen am Strand auf und ab gehen. Aber der Strand sah durch die Stürme kürzlich in der Ostsee natürlich auch relativ unaufgeräumt aus. Und dann hat er versucht hier, Holger, das ein bisschen dadurch wettzumachen. Allerdings gibt es eine andere Möglichkeit, das hatte mein Kollege Marc Kögel, mit dem ich diesen Workshop eben gemacht hatte, auch angemerkt. Und zwar, ich gehe jetzt nochmal hier auf mein Bild. Ich habe quasi ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe das einfach mit dem Pinsel runtergezogen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Ihr seht, also der Strand sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Es ist so ein bisschen eher wie ein isländischer Strand durch die Nachbearbeitung. Man könnte jetzt auch einfach sagen, gut, da muss man nicht mehr nach Island, wenn man aus jedem Strand schwarzen Strand machen kann. Allerdings ist das gar nicht mal so unüblich, dass viele Schwarz-Weiß-Fotografen sich von der Realität vielleicht ein bisschen weiter abwenden als bei Farbfotografien. Denn die Authentizität des Mediums ist nicht mehr ganz so gegeben. Mit anderen Worten, wenn ich mich sowieso schon von der Farbe und so entferne, dann kann ich mich vielleicht in anderen respektiven auch noch von der Realität entfernen. Muss man immer so ein bisschen für sich entscheiden. Hat auf jeden Fall hier den netten Nebeneffekt im Vergleich zu Holgers Bild, dass der Vordergrund hier an der Stelle auf jeden Fall dann ein bisschen dunkler ist und somit das ganze Zeug, was hier so rumliegt, nicht mehr ganz so sehr ins Gewicht fällt. Und damit ist das Bild weiter reduziert eben auf die drei Hauptelemente und nicht auf diese ganzen kleinen Störelemente. Hier sind auch so ein paar kleine Sandareale oder so, die man jetzt noch vielleicht mit ein bisschen Arbeit zum Beispiel noch wegmachen könnte. Hier sind diese kleinen Areale, die ihr hier unten so seht. Da könnte man jetzt sagen, okay, die würde ich jetzt vielleicht noch rausnehmen. Muss aber natürlich auch nicht sein. Insgesamt ist es jetzt aber auf jeden Fall wesentlich reduzierter. Das wäre aber auch so eigentlich das Einzige, was ich hier machen würde. Wenn ihr euch das im Vergleich nochmal anschaut, dann fällt hier auf, alles relativ hell und bei mir in der Version eben relativ dunkel. Ansonsten finde ich, wie gesagt, das Bild ist in etwa das, was wir uns auch vorgestellt hatten, als wir dahin gingen. Das Einzige, was man noch vielleicht machen könnte, das ist jetzt auch wieder so ein Mark Kögel Insider. Mark, wenn du das siehst, hier ist dein persönliches Quadrat. Dann könnte man jetzt hier sagen, okay, ich würde es jetzt noch ein bisschen weiter reduzieren, indem ich jetzt hier noch ein Quadrat draus mache und dann sähe das Ganze so aus. Auch noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt noch ein bisschen Zeit investiert, das hier wegzumachen, da hat man eine sehr ruhige, sehr minimalistische Aufnahme auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Bild. Das ist das Bild von dem Gespensterwald, wo wir noch hingefahren sind für den Nachmittag, um mit den Teilnehmern dort zu fotografieren. Und da hatten wir auch ein bisschen die Aufgabe gegeben, dass man doch vielleicht mal ein bisschen mit Kameratechnik experimentieren sollte. Denn Mark zum Beispiel macht das relativ häufig in seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen auch, dass er beispielsweise Intentional Camera Movement benutzt. Also das heißt, während einer etwas längeren Belichtung würde man zum Beispiel die Kamera dann bewegen oder ein gewisses Maß der Zeit stillstehen lassen und dann bewegen und all diese ganzen Sachen, sodass man in der Kamera interessante Effekte erzielen kann. Und das war auch das, was Holger hier bei dem Bild gemacht hat. Also schauen wir uns das mal kurz an. Also das hier ist das Bild von Holger, auch schön Gespensterwald genannt direkt. Man sieht hier so ein bisschen die Einstellung. An der Stelle brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr groß, auch die RAW-Datei hier in den Vordergrund zu rücken, sondern das kann man ganz gut auch hier dran erkennen. Und zwar, ihr seht erst mal zweieinhalb Sekunden bei F29 und ISO 50. Und da würden jetzt bei einigen Leuten vielleicht schon so die Augenbrauen ein kleines bisschen hochgehen, wenn man so F29 sieht. Ich persönlich finde ja, dass es eigentlich ganz sinnvoll ist, bei dem F-Stop immer darauf zu achten, den meistens irgendwo so um den Bereich zu halten, wo die Linse möglichst scharf ist. Hier ist es jetzt natürlich so, bei F29 ist eben die Beugungsunschärfe schon recht groß. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wieso man das macht. Auf der einen Seite ist es eben, um die Tiefenschärfe aufrecht zu halten, weil wir hier bei 129 Millimetern, also schon einer sehr langen Brennweite sind, damit da hinten noch nicht alles sofort in der Unschärfe verschwindet. Oder der andere Grund ist, wenn man jetzt kein ISO, kein Graufilter dabei hat, der einem tagsüber 2,5 Sekunden ermöglicht, dann würde man hier an der Stelle halt sagen, gut, da müsste ich jetzt, wenn ich zum Beispiel nur einen 6-Stop oder einen 3-Stop oder sowas dabei habe, aber zweieinhalb, fünf oder zehn Sekunden oder so belichten will, dann muss ich die Blende so weit schließen, damit ich eben weniger Licht habe. Allerdings glaube ich, könnte das hier sogar wirklich der Fall gewesen sein, denn die ISO 50 sind ja auch nicht die Natize Base ISO von der Alpha 7 R2. Da ist es eben so, dass dann, wenn man die ISO unter die 100 steckt, damit man ein bisschen länger belichten kann, schon mathematisch ein bisschen was von der Frequenzverarbeitung sich ändert und dadurch verliert man ein kleines bisschen Dynamikumfang. Sollte man also auch vermeiden, im Optimalfall eben ISO 100 und die Blende dann eher durch den Graufilter kontrollieren an der Stelle. Wenn wir uns die Belichtungszeiten mal angucken, dann würde ich sagen, finde ich den Look eigentlich ganz hübsch. Also das sieht wirklich ein bisschen gespenstisch aus. Und dass hier oben natürlich die hellen Bereiche ein bisschen mehr zur Geltung kommen, das ist klar, weil hier oben ist ein Bereich überhalb, wahrscheinlich der hier an der Stelle ein bisschen mehr Himmel hat und deswegen zeichnet sich das hier auch ein kleines bisschen mehr ab. Das gleiche sehen wir hier und hier, immer wo die Lücken sind, wo hinten durch das Astwerk ein kleines bisschen mehr Licht kommt. Das wird hier eben langgezogen. Auf der anderen Seite hat es eben den gleichen Effekt, dass unten die Bereiche dann ein bisschen dunkler sind, da wo eben diese Streifen nicht mehr hinkommen. Finde ich von der Belichtung ganz schön. Es gibt eine kleine Problemzone und das ist, wenn man sich jetzt hier mal auch die 100%-Ansicht anschaut, ist auch das Bild leider nicht hundertprozentig scharf. Und das kann zwei Gründe haben. Auf der einen Seite kann es sein, dass wenn man jetzt bei zweieinhalb Sekunden beispielsweise am Anfang ein kleines bisschen wackelt, dann bewegt und dann vielleicht wieder feststellt oder so. Normalerweise würde man das eben nicht so machen, sondern man würde beispielsweise die Kamera an eine bestimmte Situation, an eine bestimmte Stelle stellen, belichten und dann mitten in der Belichtung nach unten ziehen. Dass man die Superposition von scharfen Bäumen hat und dann eben noch mit diesen Dichtstreifen dazu. Das ist jetzt eigentlich so leicht gesagt, aber so ganz einfach ist es dann eben doch nicht. Wie man hier zum Beispiel auch sehen kann, dass die Bäume, ja die Birk hier ist schon ein bisschen schärfer, dass hier aber die Bäume im Großen und Ganzen leider nicht so hundertprozentig scharf geworden sind. Da braucht man vielleicht einfach ein paar Versuche und ich wette auch, dass Holger ein scharfes Bild mit davon bekommen hat. Aber da muss man immer so ein bisschen spielen. Meine Tendenz ist halt erst ganz normal scharf belichten für die Hälfte oder 70 Prozent der Belichtungszeit und dann zum Beispiel die Kamera nach oben zu bewegen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Da muss man ein paar Variationen von machen, bis man dann auch ein Bild hat, das einem gefällt und dann am besten direkt die Schärfe überprüfen und vielleicht nachjustieren. Genau. Ansonsten zu der Bearbeitung fällt mir da gar nicht so viel ein. Ich finde die Version eigentlich schon sehr gut. Was ich mir allerdings gewünscht hätte, das seht ihr oben an dem Histogramm, ist, dass wir ein kleines bisschen mehr Platz haben hier nach oben. Also ich mag sehr schöne dunkle Bilder, aber wir haben ja hier in den hellen und mitten noch nicht so viel. Das heißt, der Großteil ist hier im dunklen Bereich und ich mache das jetzt einfach mal kurz mit der JPEG. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lichter hochziehe, dann bekommt das sofort mehr Kontrast. Ihr seht, die Konturen an den Bäumen kommen ein bisschen besser raus, vielleicht den Weißanteil noch ein kleines bisschen erhöhen und schon kommt hier vor allen Dingen der Baum sehr schön raus. Hier hinten die Streifen kommen noch ein kleines bisschen raus. Ich würde eventuell dazu tenieren, sogar den Schwarzbereich und die Belichtung kleines bisschen anzuheben, damit ich insgesamt einen etwas helleren Eindruck habe. Ich persönlich mag ja dunkle Bilder wirklich gerne, aber das war mir dann noch einen kleinen Tag zu dunkeln, nachdem ich vor allen Dingen das Histogramm einmal betrachtet hatte. Und da würde ich dann überlegen, okay, gut, da an der Stelle würde ich vielleicht noch ein kleines bisschen nacharbeiten. Viel müsste man da jetzt aber auch nicht machen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nur an drei, vier Reglern mal ein kleines bisschen gezogen und bin, finde ich, relativ schnell zu einem Ergebnis gekommen, das mir doch durchaus sehr gut gefällt. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Bild. Das ist ein Bild, das wir nicht auf dem Workshop gemacht haben, sondern das Holger bereits im Vorfeld aufgenommen hatte und das ihm sogar einen kleinen Preis eingeheimst hat. Das ist auch wirklich ein sehr schönes Bild geworden. Und zwar die unendliche Brücke in Arhus in einer Langzeitbelichtung. Gucken wir uns das doch auch mal kurz an. Also, wie ihr sehen könnt, ich mache den Rest mal hier weg und das brauchen wir, glaube ich, an der Stelle jetzt auch erstmal nicht. Es ist eine sehr schöne, sehr minimalistische Langzeitaufnahme. Hier auch sehr gut ausgerichtet. Ihr könnt das hier unten ganz schön sehen, dass die Kante sehr schön auf die Symmetrie hier von der Brücke passt. Das Ganze sieht auch, finde ich, ganz gut aus. Also ist ein bisschen wahrscheinlich im Ultraweitwinkel nachgerückt gewesen. Ist jetzt hier mit dem 1728 gemacht. Also knapp noch Weitwinkelbereich, vielleicht nicht Ultraweitwinkel. Und es ist eine sehr schön reduzierte Aufnahme. Man sieht hier durch die Langzeitbelichtung sind die Kulturen aus dem Wasser gänzlich verschwunden. Genauso wollte man das wahrscheinlich auch haben. Und dann haben wir hier bei 76 Sekunden F16 ISO 64. Finde ich eigentlich noch gerade im Rahmen. Also F16 ist natürlich ein bisschen fragwürdig, aber das lögt natürlich auch für die Tiefenschärfe, dass hier von hinten bis vorne definitiv alles scharf ist. Und das sehen wir hier auch. Also es ist gar keine Frage. Hier hinten wird es ein kleines bisschen matschig. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass hier die Texturen dann auch ein bisschen schärfer sind und dann später einfach die Kamera bei der Auflösung nicht mehr alles so detailliert auflösen kann. Ich habe jetzt hiervon keine RAW, deswegen konnte ich das nicht genau nachschauen. Allerdings finde ich das von der Bearbeitung hier an der Stelle noch ganz passabel. Also hier oben ist es vielleicht, wie gesagt, ein bisschen weniger texturiert. Aber ihr seht, je näher sich die Linien hier von den einzelnen Bohlen kommen, desto schwieriger ist natürlich das Ganze auch aufzulösen. Ansonsten finde ich, wenn man sich einmal das Histogramm anschaut, ist es sehr hell, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also wenn man sich jetzt hier überlegt, bei 76 Sekunden, dann ist natürlich auch schon einiges als Licht auf den Sensor gefallen. Aber man sieht eben auch, hier sind fast keine Schatten abgeschnitten. Also ihr seht kleinere Bereiche hier im Blauen, in den Schatten und von den Lichtern ist nichts abgeschnitten. Allerdings gibt es eine Sache kompositorisch, die ich ganz hübsch finde und gleichzeitig auch so ein bisschen das Problem dieser Aufnahme ist. Also erstmal ist es natürlich hier sehr schön in die Ecke gesetzt. Es läuft hier vernünftig raus. Der Horizont ist an der exakt richtigen Stelle. Die Kamera ist exakt auf die richtigen Höhe. Also von daher finde ich, ist das schon eine sehr gelungene Aufnahme. Allerdings, wenn man die Brücke in diese Richtung fotografiert, man muss dazu sagen, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so eine kreisrunde Brücke. Im Prinzip kann man einmal rumlaufen und dann wieder auf den Strand rauf, ist wie so ein großer Kringel, der an den Strand gebaut ist. Wenn man natürlich diese Perspektive wählt, dann hat man auf der gegenüberliegenden Seite eben noch so eine Landzunge mit drin und die sorgt dafür, dass man natürlich ein zweites Bildelement hat. Und da seht ihr hier hinten diese Berge beziehungsweise die Hügelchen mit den Bäumen drauf und noch ein bisschen was vom Himmel. Jetzt finde ich ehrlich gesagt, dadurch, dass es so hell belichtet ist, fällt das nicht weiter ins Gewicht. Aber vielleicht würde man jetzt sagen, in einer perfekten Welt und viele Landschaftsfotografen, die sich so im schwarz-weiß-Feinart-Bereich bewegen, die machen das ja auch, wäre da hinten einfach gar nichts. Oder man würde an einem Tag mit Nebel hingehen oder so und das Ganze reduzieren. Und ich zeige euch jetzt mal eben kurz, wer man das denn machen wollen würde, wie man das denn dann eigentlich machen könnte. Und ansonsten, ich brauche hier in Lightroom gar nicht mehr viel machen, mache ich das einfach mal kurz in Photoshop und zeige euch mit, ich sage mal in einer Minute oder so, oder zwei Minuten vielleicht, wie man das machen kann. Okay, also schauen wir mal kurz in Photoshop, was hier zu tun ist. Und da gibt es eigentlich keine besonders große Idee dahinter, außer, dass ich jetzt mal versuche, den Hintergrund so schnell wie möglich verschwinden zu lassen. Da das hier alles relativ monochrom ist, ist es auch gar nicht so schwierig. Was ich jetzt also machen würde, ist an erster Stelle hier unten eine neue Ebene erstellen. Dann habe ich hier eine leere Ebene, wo gar nichts drauf ist. Dann würde ich mir mit I den Eyedropper oder hier das Pipettenwerkzeug auswählen. Nehmen wir mal so eine graue Farbe, samplen wir die mal, die vielleicht hier so nah am Horizont ist, damit wir nachher keinen größeren Farbübergang haben. Dann seht ihr, hier vorne hat sich jetzt automatisch diese Farbe als Vordergrundfarbe erstellt. Dann drücke ich einmal B für den Brush oder den findet ihr auch hier unter Pinselwerkzeug. Jetzt ziehe ich den einfach mal kurz auf mit Alt und der rechten Maustaste zu einem größeren Durchmesser. Schaue hier oben einmal auf die Deckkraft. Und jetzt würde ich hier an der Stelle vielleicht einfach mal relativ einfach hier drüber gehen. Und das mache ich jetzt einfach mal mehrfach, so in kleineren Iterationen. Und jetzt gibt es halt hier die Möglichkeit, quasi einfach mit der Farbe das so ein bisschen zu übertünchen. Und da wir eine relativ monochrone Farbe haben, funktioniert das ganz gut. Ihr seht aber, es gibt so eine kleine Überlagerung. Nach hinten wird der Steg so ein kleines bisschen heller. Das finde ich persönlich gar nicht so schlimm, weil man hier an der Stelle annehmen könnte, das wäre vielleicht Nebel. Ich zeige euch aber natürlich auch gleich, wie man das ohne machen kann. Jetzt habe ich hier ein bisschen rausgesucht, damit ich noch einen größeren Pinsel nehmen kann, weil der Übergang hier vorne zwischen dem Dunkelgrau und dem Hellgrau ein bisschen krass ist. Jetzt würde ich mir hier die Deckkraft ein kleines bisschen runterstellen, auch sagen wir mal 50 Prozent oder so. Und vielleicht noch hier einmal so ein bisschen drüber gehen, damit der Übergang ein bisschen softer wird. Vielleicht sowas hier. Und dann hätte ich hier vorher, nachher. Jetzt ist das natürlich für Leute, die da ganz spitzfindig sind, die werden wahrscheinlich sehen, okay, hier hinten an der Stelle lassen die Kontraste relativ stark nach. Jetzt müsste man natürlich gucken von der Dreidimensionalität, wie das mit dem Nebel dann aussehen würde. Ansonsten müsste ich hier an der Stelle ein kleines bisschen feiner arbeiten. Aber so hätten wir auf jeden Fall schon mal den Eindruck gewonnen, dass hier vielleicht im Hintergrund halt nichts ist und die Brücke für sich selbst ein bisschen besser zu tragen kommt. Und wir haben einen relativ weichen Farbverlauf eben von der negativen Vordergrundfarbe, diesem Grau bis hinten zu dem Grau im Himmel. Vielleicht eine Kleinigkeit noch. Man könnte überlegen, ob man an der kleinen Seite, also hier beispielsweise, wenn ich das hier nochmal kurz einkringle, den Balken nochmal eben wegmachen könnte oder so. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass man an der Stelle hier nichts direkt nah am Rand hätte, rein kompositorisch. Ich könnte also jetzt hier einfach das Entfernenwerkzeug zum Beispiel nehmen und vielleicht einmal so ganz grob hier drüber gehen und dann rechnet der mir das raus. Allerdings auch nur dann, wenn ich die richtige Ebene ausgewählt habe. Nämlich, ihr seht das hier, ich habe die falsche Ebene ausgewählt. Ich muss das natürlich mit der Hintergrundebene machen, auf der die ganzen Pixel auch wirklich drauf sind. Die Alternative wäre natürlich, ich könnte jetzt hier das Freistellungswerkzeug nehmen und sagen, dass ich an der Stelle vielleicht ein bisschen was wegnehmen würde. Also könnte jetzt sagen, okay, ups, das sollte natürlich nicht passieren. Ich sollte schon den Seitenruler nehmen und hier einfach ein kleines Stück reinnehmen. Dann ändert sich um das Bildverhalten ein kleines bisschen, aber so könnte ich das zum Beispiel weiter negativ machen. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, das ist mir zu viel und hier zum Beispiel sagen, ich verringere die Deckkraft an der Stelle zum Beispiel ein kleines bisschen oder so, dann würde ich irgendwie bei sowas rauskommen. Was mir nämlich eigentlich eher ins Gewicht fällt, ist, finde ich, dass hier die Wolken noch Textur haben und sowas. Die kann ich relativ einfach wegnehmen. Also ich muss nicht unbedingt alles nehmen, sondern ich kann mir auch, nein, keine neue Dingsmaske, sondern eine neue Ebene nehmen. Jetzt nehme ich nur nochmal den Pinsel, sample mir nochmal mit dem Eyedropper-Tool hier, der Farbpipette, nochmal eine Vordergrundfarbe, gehe auf meinen Pinsel, mache den jetzt ein bisschen größer und gehe hier einfach nur mal kurz eben so ein bisschen über den Himmel drüber, damit hier so ein bisschen was von den Konturen vielleicht verschwindet, vielleicht noch ein bisschen kleiner und wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache, dann ist erstmal nur der Himmel weg und dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch in so kleineren Iterationen sagen, an der Seite hier gucke ich vielleicht mal, dass ich das ein bisschen mehr mache oder so und dann habe ich auch eher, sagen wir mal, einen realistischeren Übergang an der Stelle und dann kann ich halt schauen immer noch, ob mir das jetzt, jetzt ist die Brücke auch besser zu sehen, ein bisschen oder so, ob ich irgendwas in die Richtung machen will, aber ganz ehrlich, das ist natürlich eine Sache, da entfernt ihr euch jenseits von jeder Realität, jenseits bewegt ihr euch, bewegt ihr euch jenseits jeder Realität und das ist natürlich ich jedermanns Sache, würde aber die Bild-IT sozusagen ein bisschen zuträglich werden, im Optimalfall, so würde ich es vielleicht machen, wenn man denn die Möglichkeit hat, dass man einfach, wenn Nebel ist, dort nochmal hinfährt und dann kann man die Aufnahme natürlich auch so machen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein kleines bisschen mitnehmen von den drei Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Holger mir in netter Weise hier zur Verfügung gestellt hat und es wird hoffentlich nächstes Jahr auch noch einen Kurs in Sinks geben zu dem Thema, ansonsten bin ich natürlich auch bei den Fototagen wieder dort vor Ort für alle Leute, die auch mal Lust haben, da vielleicht einen Workshop zu buchen und ansonsten, ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr noch ein Video schaffe für die schönsten Bilder, die ich letztes Jahr gemacht habe. Dieses Jahr war fotografisch für mich leider immer etwas mau, muss ich gestehen, aber ich zeige euch jedenfalls noch ein paar coole Bilder, die ich letztes Jahr gemacht habe und wäre dann auch ein bisschen was zu erzählen. Also hoffe ich, dass ihr auf diesem Kanal dieses Jahr noch ein anderes Video bekommt und ansonsten für alle Workshop-Teilnehmer, denen ich das jetzt auch noch geschickt habe, hier als kleine Feedback-Runde. Ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich bei euch, dass ihr alle mit dabei wart und ansonsten wünsche ich euch alle viel Spaß beim Fotografieren. Wir sehen uns irgendwo da draußen und bis dahin gut licht. Vielen Dank.